So Leute, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich stelle Pistolen her. Wir sollen insgesamt drei Pistolen herstellen. Das, was ich jetzt so vorhabe, ist halt wirklich entweder bei Despairland, Boniburbs oder Colossal Groups. Suche mir halt, wie ich hier schon auch habe, eine graue Pistole. Hol mir extra die Knochen, deshalb bin ich nämlich auch in dem Bereich hier. Die Knochen liegen ja hier überall rum in den großen Städten, ist es halt wirklich einfacher, weil die einfach hier auf so einem Mast aufgebaut sind und so viele brauchen wir ja auch nicht für eine graue. Dann der Modus, da können wir uns jetzt drüber streiten. Ich würde schon fast behaupten, dass der Solo-Modus dafür der beste ist, weil es einfach mehr graue Waffen gibt, beziehungsweise graue Pistolen. Ich habe jetzt hier den ganzen Ort mal durchgecampt und habe jetzt genau eine gefunden. Wir gucken gerade noch ein bisschen rum zusammen, aber ich denke mal nicht, dass ich hier noch großartig eine finden werde. Ich denke mal, ich mache das Ganze im Solo-Modus. Ich habe jetzt eigentlich hier dumm rumliegen gesehen, aber wie gesagt, als Tipp gebe ich euch halt wirklich eine von den neuen Orten. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist Bogen. Man muss denn mit seinem Auto hier rumfahren. Da war eine Pump. An den Kisten sind glaube ich nie graue Gegenstände drin. Also kurz erklärt, einmal R1, dann einmal aufrüsten. Zack, wie ihr seht, eine Pistole hergestellt. Verwechselt das nicht mit aufrüsten, weil ich nämlich gerade auch schon gesagt habe. Das ist nicht gemeint, weil es gibt ja aufwerten und aufrüsten. Und mit auf, warte, oh Gott. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, weil das eine ist ja, wenn ihr aus einer grauen eine grüne macht und eine grüne daraus eine blaue macht. Das ist nicht damit gemeint. Wir sollen halt wirklich aus einer Tüftler-Pistole eine normale Pistole machen. Entweder halt mechanisch oder eben eine Uhrzeit-Pistole. Aber ihr seht, ich habe hier schon alles rumgesucht. Aber ich hoffe halt einfach, dass ihr mehr Glück habt. Ich denke mal, ich werde jetzt gleich schnell einen Solo-Modus machen. Ich werde mit ein paar Knochen fahren. Man braucht ja nur zwei Stück. Also insgesamt braucht ihr sechs Knochen und in Anführungszeichen drei Pistolen. Wir können aber gerade nochmal kurz schnell hier unten. Vielleicht habe ich hier Glück, weil hier liegt eigentlich auch immer viel Loot rum. Wie gesagt, ich will nur die scheiß Pistole haben. Ja, ich sage immer, man kriegt alles. Sonst findet man tausend Millionen Pistolen. Nur jetzt nicht. Aber ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Wie gesagt, ihr kennt das Spiel. Wer jetzt Support da lassen will, gerne Follow da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.